Locker auf euch! Ja, ich bin eh schon im Leerlauf eigentlich mit dem Seminar. Das Vorteil am Schiedelfahrzeug ist ja, dass der Rollwiderstand extrem wichtig ist. Das ist super! Ich finde das auch super eigentlich. Man kann da auch prima sitzen und nicht treten. Hahahaha Jetzt habe ich dich verscheuert. Da vorne ist so ein bisschen so Wann hoch. Ich kann eh nicht drehen, weil es dreht sich eh nur. Ja, ich glaube. Ich will nicht mehr. Ich dreht das nicht. Besser, du probierst, du schnickst so wie du schnickst. Ja, du bist so ein bisschen. Das wollte ich nicht. Hahahaha! Halt die 50 Meter! Ja! 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 Wir wollen das auch ausprobieren! Wir machen das schon selber! Danke! Danke! Vorsicht! Ja, geht schon! Da tupfen wir raus! Da kommt ein Auto! Da kommt ein Auto! Was? Das können wir nicht! Was? Ja! Das ist so! Wir fahren! Das geht nicht! Das macht nichts, nein! Das schaut aber gefährlich aus! Das kommt wieder! Guck mal! Geht sie los! Ja! Geht sie los! Ja! Hahahaha! Hahahaha! Vielen Dank.